Deutschland wird ein Volk der langhaarigen Bombenleger, jetzt wo die Frisure auch nicht mehr aufmachen dürften. Zum Glück habe ich meinen Privatfriseur, mein Papa hatte lange Jahre Privatfriseurladen und konnte mir jetzt gerade eben schnell die Haare schön machen. Na, neidisch Mädchen, also Nevermind, good boy, the KFSF Girls. Glock, Gluck. in Achtung Gonna Process in Achtung In Achtung